er mal geht rein oder denke nicht dass sie das überleben Nils das heißt es geht aber ich hasse Schierworter mehr zu tun Schierworter ist nicht unser Level ne absolut nicht immer längst oder oder wer geht wo verteilt ist das ist auch gut verteilt ne ich kann mal ab hinter links und rechts kommt überhaupt welchen? hier ist irgendwo ein Kloker ja rechts da rechts Sniper Sniper lag out jetzt komme ich drüber Boah shit super brav die linke hinten auf dem boden wo die linke rechts war right side on a jetzt wieder auf die rüber oder wir haben wir noch ich weiß ob die Attacken weiter vor ich bleibe noch bei B kommst du zu Recht Oh, Bereitscheinung, Ben wo, hier? ich meine, ich hätte was bewegt ich weiß nicht, ja ey, fuck oh Leo, geht mir halt oh, den Bodo nicht verdammt, eh Sitzel kommt noch weiter zurecht, ja äh ich komm rüber jetzt noch mal links und B ne, jetzt kommt er doch zurecht ne, ja oder B ich wollte schon wieder versuchen äh, Leute, ich brauche auf ich brauche höchst okay, ich brauche wir sind wahrscheinlich wieder rechts auf A wir haben einen, der behind kommen will geht ja na, ich weiß schon wo die sitzen oh, da gibt nur mal einer, hey, verdammt wow wow Momentan ist noch safe ja, ich brauche ja vielleicht einen bei B als Hilfe, weil ja, okay, ich komm mal rüber aber, oh man ja, siehst du, da ist er doch wo kommt der denn her? watch out behind 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 auf was? ich weiß nicht wo der ist on B, watch out on B ja, ich bin jetzt mal hinter B und guck mal mein Deckort begleich auf, ne? ja ah, da oben ist einer drin, er ist tot ja ich geh jetzt mit zu A geht nimmer zu B, ich bleib jetzt ne, ne, A ist noch safe ah, ganz rechts von A ist A noch 1, 2, 3, 4 wenn wir jetzt noch mal in B, oder? ich sitze auf A, das bin schon nicht korrekt, wenn wir äh juhu, da brauche ich ja, ich glaube, das bleibt alles, das bleibt alles von mir mein Problem das ist alle, alle Kinder bla 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 verstehst du? Leute warum rennt ihr denn vor? boah, alter feist doch so viel versteh nicht, warum manche müssen hier etwas in hart risikos vorsicht wenn ihr noch Hilfe braucht, sagt bescheid, gah was merken wat se dem das ist ro год warum wusste zu haben wir keinen Bock mehr gehabt all A na gut so war nur mal so jetzt sporadisch wer guckt behind bin ich ähm ich hab die dabei so schlecht mit Blackout rein one guy what's up und der erste der womit eine weiter Oh! Stopp! Sau! Kann ich mal im Behind gucke? Oben wird auch noch... Ach so Spurlage! Wo ist der? Der ist behind! Hab ich! Hast du! Guck du nach... ich guck du nach... ich guck nach hier! Na gut! Da hinten sitzt, Alter! Hast du ihn? Nee! Wow! Wer ist das denn? Das war eine eigene Nate von diesem Fracker... Idioten! Komm dann gehen wir zu B! Äh... wir nehmen B schon ein! Jaja wir kommen... Ja das ist... Dieter ist wohl auch fähig! Ja! Ja! Schön! Na der ist nicht mehr da... der hat ein bisschen Waffe wie ich! Ja! 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 Links! 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 finns los! und und st st weiter weiter auf B drücken ja aber auf A will einer behandlung das ist ja auch da er geht da wollen zu viele Behandlung ist doch schwach sind Leute ich habe ihn im Blick 1 der hinten weg nicht du musst du das du 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 in den Ecken es sind zwei auf dem Hund es sind zwei auf dem Hund es sind zwei auf dem Hund oh hier soll den Kopf runternehmen noch ein Blackout noch ein Blackout ist weg ist weg da muss ein Kloker hier ist klar ist klar den sieht man noch gar nicht den Kloker hab ich irgendwo gesehen hab ich gedacht der ist schon abgeschossen worden no all to a come on all to a schreibs mal weil manche haben ja kein Ding an push all to a ich hab nochmal Blackout gleich willst du noch ja ich guck behind schafft ihr das denk da ist vorne ganz vorne rechts einer und da vorne ist ein Kloker noch vorne ein Ding was mach ich da ist kein ich werde nicht mehr so okay gewonnen gewonnen oh jetzt rennt immer einer hinterher schön wie ist auch noch weg jetzt ratze fatze ey ja das muss einer rum hinten auch noch hinten auch noch hinten auch noch wir haben ja abgeschossen ich wusste es aber dahinter war auch noch einer mit dem von ich bin nachher wo bitte auf c aber auch daneben gezielt naja der ist jetzt einfach mal durchgelaufen da ist einer in der Mitte auf der Kante auf so ein Ding drauf aber kommt ganz ohne Orakel ist das gar nicht mal schlecht du bist denn der jetzt wieder einer will hier hochkommen der kommt von hinten komm her du Vogel kurzknoten du bist doch ein Affe ey nicht mit mir nicht mit mir da klopfen sie sich um einander mit mir die 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 ich hätte bald nochmal die freiheit die 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 sollen sie aufgeben sollen sie auch noch geben jetzt sind die körper schützen behinder ohne uns ist dabei noch dann habe ich weg ich habe auch fertig die spart 1 warte 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 auf mich ab die船ier in die Hälfte dann muss er sich machen und ich kann doch was ja ja der konnte sich schießen oder so noch mal unser mit Ah, super. Wow. Da sitzt noch einer. Der Deckung. Nein, das ist schon. Oder? Hier, da liegt sich nur einer. Ich bin gerade schon aneben. Ich bin gerade recht verrückt. Ich brauche es auch noch einer. Ach, das ist hier rechts. Das ist egal. So. 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 So.